Just Cause 3 Hier steht ein Stuhl und ein Sonnenschirm. Möglicherweise kommt euch diese Szene bekannt vor. Genau hier sitzt Rico, bevor ihr das Spiel startet. Schaut ihr von hier nach links, findet ihr ein praktisches Wasserflugzeug. Damit kommt ihr sicher zum nächsten Easter Egg. An diesen Koordinaten befindet sich eine enge Felsschlucht. Unten seht ihr eine kleine Ansammlung von Sand, auf der… ein Schneemann steht. Ja, es ist der gleiche Schneemann, der euch schon in Just Cause 2 begegnete. Rico fällt das auch auf, weshalb er das Treffen passend kommentiert. So trifft man sich wieder, Mr. Schneemann. Das beste Easter Egg, das ihr bislang in Just Cause 3 finden könnt, ist dieses hier. Am besten fliegt ihr zu den Koordinaten, da ihr von oben einen besseren Überblick und Zugang habt. Inmitten einer Ausbuchtung im Boden befindet sich auf einem kleinen Hügel der Hammer von Marvels Tor. Scheinbar ist er vom Himmel gefallen. Nun könnt ihr versuchen, ihn aus dem Boden zu reißen. Doch gebt euch nicht allzu viel Mühe, denn… es ist Tors Hammer. Den kann nun mal nur Tor hochheben. Alle Infos zum Easter Egg findet ihr wie immer im Artikel auf spieletipps.de gleichen Soители